Hi und herzlich willkommen. Mir ist aufgefallen, dass ich seit ziemlich langer Zeit nicht mehr gemalt habe, was natürlich daran liegt, dass ich gerade ziemlich verbandelt bin mit meiner Abschlussarbeit. Aber jetzt habe ich doch mal wieder zum Pinsel gegriffen und habe das Game of Thrones Direwolf-Bild fortgesetzt, was schon seit einiger Zeit bei mir rumsteht, wozu ich auch schon ein paar Videos zu den Skizzen hochgeladen habe. Und ja, jetzt geht es an die Farbe und was ich gemacht habe, das schaut ihr euch am besten jetzt mal an. Bis zum nächsten Mal. Das ist also der aktuelle Stand der Dinge bei meinem Bild. Ich werde hoffentlich in nächster Zeit wieder mal ein bisschen öfter dazu kommen, den Pinsel zu schwingen, denn malen macht mir schon ziemlich Spaß und hat auch eine gewisse entspannende Wirkung, was vielleicht auch gerade in Zeiten, wenn man eine Abschlussarbeit schreibt, gar nicht mal so schlecht ist. Ja, ich werde euch wie gesagt auf dem Laufenden halten und euch hoffentlich bald dann das fertige Bild präsentieren können. Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Ramis.